Musik Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Umweltbewusst, natur- und tiergerecht handeln. Das ist die Idee, die hinter dem Coop Naturaplan steckt. Und dass es sich dabei nicht nur um eine Idee handelt, das beweist das Symbol, das mehr und mehr in unseren Läden anzutreffen ist. Produkte, die mit dem Coop Naturaplan Regenbogen bedruckt sind, werden nach deutlich strengeren Richtlinien produziert, als nach Gesetz vorgeschrieben. Das gilt auch für das Fleisch, das seit kurzem in den grösseren Coop-Läden erhältlich ist, für das Natura-Beef. Nur Schweizer Fleisch, das den höchsten Anspruch an Qualität und an Tierhaltung gerecht wird, darf als Natura-Beef in unseren Läden verkauft werden. Natura-Beef ist Schweizer Qualitätsfleisch aus kontrollierter, artgerechter Tierhaltung. Kälber wachsen natürlich bei ihren Müttern oder bei Ammenkühen auf. Und mit denen gehen sie auch vom Frühling bis zum Herbst auf die Weide. Natürlich ist auch ihre Ernährung, Muttermilch, später Gras und Heu. Antibiotika und wachstumsfördernde Zusätze sind verboten. Die Tierhaltung ist artgerecht. Sie steht im Einklang mit der Natur. Und dass die Aufzucht streng kontrolliert wird, dafür garantiert die Schweizerische Vereinigung der Ammen- und Mutterkuhhalter. Mit regelmässigen Kontrollbesüch sorgen wir dafür, dass unsere Vorschriften genau eingehalten werden und dass die Qualität immer gleich hoch bleibt. Zudem stellen wir für jedes K-Aub ein Zertifikat aus, das bestätigt, wie es aufgezogen worden ist. Die artgerechte Tierhaltung bringt aber auch uns Konsumentinnen und Konsumenten nur Vorteile. Dazu das Urteil des Fachmanns. Die natürliche Aufzucht und Ernährung wirkt sich natürlich auch aufs Fleisch aus. Das Natura-Beef ist aromatisch, zart und saftig. Eigenschaften, die sich auszahlen. Und eine Verwendung in der Küche hat keine Grenzen gesetzt. Das Natura-Beef erfüllt wie kein anderes Fleisch in der Schweiz die höchsten Ansprüche an Qualität aus artgerechter Tierhaltung. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, ist es jetzt neu bei Coop erhältlich. An diesem Zeichen erkennen Sie es im Laden und spätestens beim Messen merken Sie dann auch die Heiderunterschiede. Was gibt es diese Woche neues bei Coop? Nach dem Rösti-Pick und dem Cocktail-Pick gibt es jetzt in der Tiefkühlabteilung eine weitere Pick-Spezialität von Goldstar. Pizza-Pick Pizza-Pick von Goldstar gibt es zum Abwechslung mit Prosciutto, Margarita und Confungi. Vor rund einem Jahr haben wir Ihnen hier im Coop-Studio zum ersten Mal die 3. Weltkaffee-Kooperation von Coop und Max Havelar vorstellen. Sie erinnern sich, es ist der Kaffee, der direkt bei den Kleinbauern in Mittelamerika zu einem Preis eingekauft wird, der vom Weltmarkt unabhängig ist und den Produzenten ein existenzsichernes Einkommen ermöglicht. Ähnlich funktioniert das beim Max Havelar Honig, der jetzt neu in unseren Läden erhältlich ist. Der Honigexport ist für Kleinbauern und Imker in Mittelamerika eine notwendige Einnahmequelle und für uns trotz der gerechten Entlehnung ein erschwinglicher Genuss von hochwertigem Bienenhonig. Dazu der Senior Juan Carlos Aguilar aus Mexiko. Wenn Sie morgen bei uns einkaufen, dann werden Sie feststellen, dass wir wieder eine ganze Reihe von Produkten zum Aktionspreis anbieten können. Eine Gelegenheit, die Sie sich nicht lassen lassen. 500 g Brüsseler Salat aus Belgien gibt es bei Goop für nur 1,60 und 3-packige Goldstar-Fisch-Sticks aus Torschfilet für nur 9,80. Den 800 g Block Schweizer Raclette-Käse kommen Sie über für nur 1,45 pro 100 g. Ausgesuchte Pralines sind jetzt 1,60 bis 2,60 günstiger. Das Gaillet Femina Dantel z.B. kostet nur 15,90. Ausserdem offerieren wir Ihnen diese Satrap-Filterkaffeemaschine für nur 59 Franken. Und hier noch der Goop-Preisabschlag. Die 100 g Toblerone kostet von jetzt an nur noch 1,50. Und im Goop-Restaurant gibt es diese Woche rindgeschnetzeltes Stroganoff mit Spätzli und glasierten Gurken für nur 9,50. Die Bauern in unseren Berggebieten sind nicht nur Landwirte, sie sind auch die Hüter und die Pfleger der einmaligen Natur. Und wenn wir also während der Ferien die Naturschönheiten in den Bergen geniessen und bewundern können, dann ist das nicht zuletzt auch den Bergbauern zu verdanken. Die meisten Bergbauern können aber von ihrer Arbeit alleine nicht leben und brauchen unsere Hilfe. Darum versucht die Patenschaft Goop seit über 50 Jahren den Menschen das Leben ein bisschen leichter zu machen. Wenn auch Sie sich beteiligen möchten an der grossen Weihnachtsaktion der Goop-Zeitung zugunsten der Berggebiete, dann können Sie Ihre Spende einzahlen auf Postcheckkonto 40 843 7. Besten Dank fürs Mitmachen im Voraus. Das Goop-Studio sehen Sie wie gewohnt am nächsten Mittwoch. Bis dann, auf Wiedersehen!